Einmal Zinngießenverwachsene, oh scheiße. Also so sollte das nicht werden. Scheiße. Oh Kinder, das war scheiße. Zweiter Versuch. Zugeschaut, mitgebaut. Du wirst am BH-Kan, ich muss nicht heulen. Oh, das ist ja ein Traum. Ich hab das Gesicht eben nicht drauf gehabt. Ah, okay. Alter, was sind das für Geräusche hier? So muss es aussehen. Was wird der größte Pokal für den Hauptsieger? Für den Biggest Loser. Also für mich. Die schnellste in der Runde hier. Wo sick er das hin? Eigentlich auch der hellste. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich sag jetzt zusammen, jetzt können wir jetzt eh nichts machen. Weißt du, was ich meine? Wenn wir jetzt aufhören, bringt das nichts. Aber es sieht besser aus als vorhin. Ja, oder? Die Idee ist gut. Tropf. Eine Eins. Oh, eine Eins wird das. Da geht schon ein bisschen was rein. Geht doch schon. Alter, nicht so neben schütten. Das ist das Golde. Ja, nun mein Kinders. Ich glaub das war's. Ich glaub auch. Das lag. Gut.